Hallo, Katzis! Ja, wir sind zu Hause! Du willst raus, oder? Oh, mein Baby! Aber es regnet ein bisschen draußen, ist nicht schlimm? Nein? Wo ist Apollo? Oben! Ja, was denn? Was denn? Oh, so ein braves Baby bist du! Ja, dann kommt Katz hier nochmal! Ja, kratz, dann kannst du rausgehen! Nein, nein, erst kratzen, hier! Aufstehen und kratzen! Hier! Cosmo! Nein, nicht mit Po abreiben! Nein, nein, das meine ich nicht, hallo! Hier, kratzen! Na los! Genau! Ja, sehr gut! Siehst du, du verstehst ganz genau, was ich von dir will! Ja, reicht jetzt! Komm, wir gehen jetzt raus! Ja, komm! Ach, guck mal, wer da aufgewacht ist! Hallo, Baby! Kannst du mir hier oben Hallo sagen? Hm? Gussi? Gibst du Gussi? Gibst du mal mir ein Gussi? Nein? Ja, komm! Kommt, kommt! Schnell! So, hier! Hier einmal, oh, tupi, tupi! So, einmal Hals machen, so ganz lang, ganz lang Hals machen! Richtig! Richtig! Und hier einmal, unterm Bauchy, Bauchy! Und... Ach! Fester gezogen! Hier! Ist okay? Bubi? Bub! Du Süßer! Komm! Raus! Kleine noch! Dieses nasse Geschirr tue ich mal rein, damit es hier drin trocknen kann! Und du kriegst das hier an! Komm! So, ich muss jetzt jetzt nur noch hier... Ein bisschen ist es hängen geblieben! Zack! So! Jetzt kannst du rumlaufen! Und sobald endlich dieses Tor da ist, dann könnt ihr auch so rumlaufen! Aber offensichtlich dauert das noch ein bisschen, bis es kommt! Aber Puche, du willst auch raus? Ich weiß nicht! Willst du ohne Geschirr? Aber dann muss ich hier absperren! Oder wollt ihr beide ohne Geschirr? Dann sperre ich hier ab! Muss nur noch... Irgendwas finden, was ich da hinstellen kann! Das hier? Ach! Krieg ich nicht hin! Keine Ahnung! Muss ich Marcel fragen! Ganz süß! Passt ja auf! Nicht weglaufen! War ja klar! Warum? Ich verstehe halt auch nicht, warum! Warte, ich ziehe dir das aus! Komm her! Ich ziehe dir das aus! Ja, ja! Jetzt kannst du! Na los! Du schaffst das doch, Baby! Meinst du, du schaffst das nicht? Soll ich Geschirr auch rausziehen? Dann kannst du besser springen! So! Jetzt kannst du probieren! Was ist denn da? Oh oh! Ach, ein Vögelchen! Es saß doch nur auf dem Zaun, oder? Oder saß das da auf der Wiese? Na ja! Apollo, hast du gesehen? Was Cosmo für ein Jäger ist? Lauft nicht weg! Sonst werde ich böse! Okay? Hast du verstanden? Was ist das eigentlich mit euch zwei? Wenn der eine sitzt, will der andere auch auf dem Tisch sitzen? Was denn? Nasse Pfötchen? Magst du nicht? Hm? Got you! Ach komm, so schlimm ist es nicht! Aber macht keinen Ärger, okay? Kein Ärger, habe ich gesagt! Cosmo! Cosmo, wo bist du? Cosmo? Ist der oben oder unten? Er ist hochgelaufen, aber er hat dir das nie und entschuldigt. Katzi! 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 Da bist du! Hast du dir wehgetan? Nein? Ich habe ein lautes Knallen gehört. Und dann hast du ganz viel gemiaut. Hast du was fallen lassen? Ja, ne? Es ist doch irgendwas hingefallen.